Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici 1. April 2019 nach Maya Kalender Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, auch die kosmischen Einflüsse beobachtet und sie haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Leider wurde ein Teil durch die Inquisition zerstört, aber ein Teil von diesem Kalender ist noch erhalten geblieben. Auch wenn für uns etwas fremdartig erscheint, möchte ich diesen Kalender näher bringen, weil das entspricht der Tagesqualität. In Mayas gibt es insgesamt 20 Wellen. Diese Wellen bedeuten Frequenzen oder Schwingungen. Wir befinden uns in der 9. Welle und es dauert bis 6. April 2019. Hier verspüren wir die Feuerelemente, all das, was uns begeistert, das im Tat umsetzen. Aber wir befinden uns in einer Wandlung und das ist die Schlangenkraft oder Kundalini-Energie. Und es gibt zwei Richtungen. Die eine Richtung, was die Energie nach unten zieht und das blockiert. Das löst Gefühle aus wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, weil das blockiert. Wenn wir das aufräumen, wenn wir davon befreien können, dann steigt die Energie nach oben wie Phönix aus der Asche. Das ist eigentlich Skorpion-Thema, aber kommt dazu die Feuerelement. Und das erzählt auch die Geschichte von Asklepius, der himmlischen Arzt. Das ist ein Sternbild im Himmel und befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Dann kommt die Skorpion-Energie, diese Wandlung und die Feuerelemente, die Schütze dazu. Asklepius war der Sohn von Sonnengott Apollo, war der himmlischen Arzt. Er musste ein Kind retten und heilen. Dieser Kind war der Sohn von König und ist in einen Honigtopf gefallen. Dann kamen zwei Schlangen. Asklepius, dieser himmlischen Arzt, heißt auch Schlangenträger. So nennt man diesem Stammbild im Himmel. Also kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte den Gift in sich, der andere Schlange die Heilkräuter. Und Asklepius musste eine wichtige Entscheidung treffen. Mit welchen Mitteln heilt das Kind? Nimm der Gift, dann stirbt das Kind. Oder nimm der Heilkräuter, dann heilt das Kind. Zum Glück hat Asklepius die richtige Entscheidung getroffen. Und er hat das Kind, das Leben gerettet. Und das bedeutet für uns, wir treffen gerade auch wichtige Entscheidungen in unserem Leben. Und mit dieser Schlangenenergie begegnen wir uns tagtäglich in unserem Leben. Das Gift symbolisiert auch Lügen. Und Heilkräuter symbolisiert Wahrheit. Dass wir dieses Unterscheidungsvermögen haben, unterscheiden zu können, was entspricht die Wahrheit und was ist eine Lüge. Wenn wir alles glauben, dann sind wir wie dieses Kind und fallen wir in einen Honigtopf. Weil eine Lüge ist immer Honig süß verpackt. Und das, was wir zur Zeit lernen, und das ist diese Wandlung, das ist dieser Zyklus, wo wir uns befinden, diese Schlangenenergie. Das ist die Bewegung, das heißt, eine Veränderung gerade. Alle Erneuerungsprozesse befinden wir uns zur Zeit. Die heutige Tag ist die achte Tag, die neunten Welle. Und die Mayas haben die Zahl 8 so gezeichnet. Eine Linie, das ist 5, und dann die 3 dazu ergibt sich die Zahl 8. Diese Zahl 8 bedeutet bei den Mayas, etwas in Gleichgewicht bringen. Etwas in Harmonie bringen. Eine schüpferische Kraft. Und mit dieser schüpferischen Kraft setzen wir etwas im Tat um. Aber wir sollen die Schattenseite auch anschauen. Und genau das ist unser Blick heute. Die Kraftfeld, was heute wirkt, die planetarische Energie, heißt Eb. Der gelbe Mensch oder der Weg, der Straße, wo wir gehen. Das ist unser Entwicklungsweg. Der Weg, was unsere Seele ausgesucht hat. Den goldenen Weg. Und wir sind gerade offen dafür, Entscheidungen zu treffen. Neue Wege, neue Schritte zum Machen. Und wir suchen gerade unseren Weg, unsere Lebensaufgabe. Die heutige Mondenergie, was unseren Gefühlen wirkt und beeinflusst unsere Emotionen, ist Esnap. Esnap, dieses Bild, Esnap bedeutet übersetzt weißer Spiegel. Und das heißt, heute spiegelt sich etwas in unserem Leben und es klärt sich etwas auf. Wir bekommen Erkenntnisse, weil wir durchtrennen den Schleier. Die beiden Halbedelsteinen, was uns heute unterstützen, ist Bernstein, hat mit Tierkreis, einem Löwe oder mit Feuerelement etwas zu tun. Und Obsidian. Und Obsidian unterstützt uns die inneren Gleichgewicht finden, so wie die Zahl 8 auch zeigt, die inneren Gleichgewicht, die Harmonie zu finden. Und das war diese Information aus dem Maya-Kalender für 1. April 2019. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zum Erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr die Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.